Ja, das weiß ich doch auch nicht. Zangen, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich das schreibe. Eine große, hölzerne, scheunenähnliche Struktur. Ihr Zweck unbekannt. Der Zweckradio. Ich glaube nicht, dass das der richtige... Ich glaube nicht, dass das der richtige... Mann. Ja, wir müssen im Grunde Cupcakes holen, aber ich soll mal Cupcakes holen. Das ist ein bisschen besser im Kofferraum und die labert doch nichts anderes, Mann. Ey, ihr kriegt einen Heulkrampf. Jetzt lauft doch, Ronald McDonald. Der schnellt aber auch die Kräuter nicht ab, ne? Da macht er gar nichts. Ja, das weiß ich auch. Ach, das wird zum Heulen. Das Bauernhaus sieht aus wie eine umgebaute Scheune, bei der der um... Mit dem Reden, aber es bringt uns ja alles nichts. Hallo. Jep. Sie sind sich... Ein Ehrenmann begleitet. Dann sollten Sie wohl mal bei Ihrem Energie... Wird's wohl tun, wenn der Strom nicht bald wird. Ich hau mal ab. Hm. Hm. Ich krieg das mysteriöse Signal... Hier nicht rein. Und ich weiß, was ich noch tun soll, Mann. Es ist jetzt... Hüte bringt uns nix. Oder... Wir können's probieren, aber das ist natürlich... Oder ein hochgelegener Punkt, bei weitem nicht. Kein guter Radioempfang. Ich sollte es mal an einer Höhe... Die Reifen haben schon ganz schön was hinter sich. Was willst du mir jetzt damit sagen? Soll ich sie essen oder was? Warum will ich die Karte? Ich weiß es nicht, was ich gerade tun soll. Ach, das ist doch nervig gerade. Ob das die Soße ein bisschen näher an super scharfe Chipotle Lava kommen lässt? Ein Sandwich mit überraschend milder Senfsoße. Ein Sandwich mit Buffalo Barbecue. Ein Sandwich mit klassischem roten Tomatenketch. Kaffee. Verdammt guter Kaffee. Äh... Genau, zum Farmer kann ich mir vielleicht einen Kaffee anbieten? Ich hab doch... Das kann ich nicht machen. Ja, ich seh's gerade. Ich hab nur den Farmer angeklickt. Mal bekommen. Ich stell seine Geduld lieber nicht... Hat ne Waffe... Och Mann, was denn bitte? Hm. Ich krieg das mit... Ich komm mal... Aber nirgends rein... Da geht's nur wieder rüber. Und da kann ich nix machen, aber ich... Es... Wölfe... Wölfe... Bären... Sie sind alle und warten. Schild Hartwurt. Ein Schild von Harwood Energy. Leroy's Schrottplatz hat eine bessere Marketingstrategie, wenn das hier Werbung sein soll. Äh... Äh... Ich glaub nicht, dass die Falle mir hier... Ja, ich weiß es ja auch nicht. Willst abschneiden? Keine Ahnung. Das will ich nicht schneiden. Ich aber... Und wenn ich irgendwas tun kann, wenigstens... Hier, Schere... Hm... Ich glaub nicht, dass ich das schraub... Vor allem, da kommt der ne mal da rüber... Ich komm nicht rüber. Wer weiß, welche schrecklich... Außerdem sind meine Sneak... Das funktioniert so nicht. Ja, wie dann? Kaffee? Ich glaube nicht, dass ich das... Könntest du, willst du aber nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Äh... Hm... Das ist nicht richtig... Ist das dann richtig mit Sandwich... Das ergibt keinen Sinn. Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut... Lieber nicht. Ah... Muss ich da irgendwas ans Fenster schmeißen? Ich weiß es nicht. Es ist total bekloppt. Das kann ich nicht machen. Willst nicht. Ist ein Unterschied. Das funktioniert so nicht. Und hier? Ich glaube nicht, dass ich das... Hier? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Äh... Hm... Das ist nicht richtig. Verdammt guter Kaffee. Das ergibt keinen Sinn. Ja, weiß ich doch nicht. Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut... Äh... Lieber nicht. Das Schild von Ronda Steiner. Die Mücken stehen drauf. Das kann ich nicht machen. Kein guter Rat... Ich sollte es mal an einer höher... Nein... Aber wo... Ich bin gerade echt verzweifelt. Ich habe keinen Plan mehr, was man tun können. Ohne... Ich komme nicht drauf. Jetzt gehe ich rein, Mann. Oh, Digga. Oh, ich habe dieses... Verdammte rumgestruggle. Das nervt. Das funktioniert so nicht. Da kippt doch da was drauf. Ich glaube nicht, dass ich das... Doch, das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Doch, und das... Das ist nicht... Wenn das richtig ist, dann das aber... Das ergibt keinen Sinn. Okay, dann gibt es im anderen Sinne... Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut zu... Äh... Was haben wir denn jetzt mit dem Mache? Du hast null Hinweise. Kein Plan wieder mal. Also diese Bilder sind von... Er muss etwas über den Ursprung des Symbols... Ja, nee, echt. Aber wir kommen ja nicht weiter mit dem Rot. Also diese Bilder sind von einem Künstlernamen... Er muss etwas über den Ursprung des... Was geht? Nicht viel. Ich schau mal ab. Bis später. Mach's gut. Kaffee? Würde ihn nicht interessieren. Der... Was zum Essen? Würde ihn nicht interessieren. Äh, ein Radio. Würde ihn nicht interessieren. Hm. Ich krieg... Würde ihn nicht interessieren. Hier können wir auch nix machen. Hallöchen. Hallo, Schätz. Könnte ich etwas zu essen be... Ich fühle mich... Da bist du... Klar, warum nicht? Welche so... Ähm... Kla... Klassischen... Klassischer... Danke. Kriegen wir es halt nochmal. Oder wie? Echt jetzt? Das macht dann bitte viel... Okay. Lieber nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht, dass ich Ronda dafür... Ich glaub nicht, dass ich Ronda dafür... Ja, für was denn dann? Ich glaub nicht, dass ich Ronda dafür... Warte mal, ich bedrohe sie mit dem Messer. Leute zu erstechen wird mich wahrscheinlich nicht weiterbringen. Äh... Schneiden? Gewalt ist keine Lösung. Sagt wer... Ich glaub langsam dran. Ich glaub nicht, dass sich Ronda dafür interessiert. Und wenn wir uns den Nagel pfeilen... Ich glaub nicht, dass sich Ronda dafür interessiert. Ich glaub nicht, dass die Pfeile mir hier... Das Messer dann... Das will ich nicht schneiden. Ich weiß es nicht. Das ist ein Ronda-Schlüssel. Ronda-Autoschlüssel. Ja, ich guck jetzt nach. Ich hab keinen Plan mehr. Ich meld mich, wenn ich was weiß. Jo, nö. Ist ganz einfach, ne? Okay. Man kann da klicken. Das sollte einer der höchsten Orte sein, an die ich komme. Oh, leck mich doch. Einmal... Und... Das brauchen wir noch. 6.117. Ich sollte die zwei höchsten Berge finden. Der hier gehört nicht dazu. 6.503... 6.117... Äh, hier. Ja, das sieht aus wie einer der höchsten Punkte von Greystone. Oh, leck mich. Nein. Echt jetzt? Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu ihr wieder. Oder können wir da hin? Ach, scheiße. Oh, leck's mir doch mal. 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 Und die Leute sagen mir, ich sollte meine Bude... Ja, ja. Okay. Habe ich sie auf die Map eingezeichnet? Ja. Und dann hier rüber. Ich hoffe, der Strich bleibt. Ey, ist so doof. Man kann da reinklicken, ist jetzt gar nicht da. Ah, ich kenne Teule. Meersteine, toter Baum. Der Baum sieht nicht so gesund aus. Ja. Er ist ausgetrocknet und brüchig. Ich kenne Kreuz, ich habe ganz herbe Ohrfeil, Gebackfeil von Sommerklopfern. Ein paar Bäume schützen die Stelle hier vor dem Wind. Wegfeilen. Ich glaube nicht, dass die Feile mir hier... Doch, die hilft, man. Trust me. Ich glaube nicht, dass die Feile... Ja, gut, wenn du meinst. Greystone Woods Naturlehrpfad. Das Schild zeigt ein paar Informationen über Wildtiere in Greystone. Na, damit ist das Radio mal. Ach, die kann ich jetzt drehen. Ach so, ja, dann sagt mir das nochmal einer. Muss ich da hin jetzt bitte? Okay. Also ein bisschen eintangeln. Okay, 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 okay. Ich habe, wie man so etwas trianguliert, ich habe keine Ahnung. Kannst du eigentlich mal sehe ich auf Falschgrad? Was weiß ich. Was da aussieht? Jetzt ist der Himmel sternenklar. Ein Glück, dass ich nicht während des Sturms hier oben war. Jups. Was haben wir? Steine, Kräuter, Eskizze. Was ist das? Fahne. Greystone Woods Naturschutzgesellschaft. Ach, ja. Okay. Wieder da hinkrotzen. Ich glaube, ich kriege ein Reh raus. Ich glaube, Mount Crimson würde das sein. Vermutlich gerade fast. Ach, ja, komm auf die scheiße Idee, da die höchste Punktlänzung. Ach Gott, ich kann mich selber auch gerade backpfeifen. Sorry dafür. Ach Gott, okay. Ja, hallo, jetzt rede ich doch. Ja, hallo, jetzt rede ich doch. Ah, hier ist ja nichts, ne? Nee. Okay. Ich glaube, hier ist das Signal von beiden Punkten aus am besten. Da muss die Quelle der Übertragung sein. Okay. Der Ingenieur ist nicht zu schwör. Ah, hör auf, du. Dann gehen wir mal da hin. Ah. Sorry. Hey. Echt. Nee. Ich will das hier gar nicht tun, wie ich es alleine. Kleine Äste. Überall liegt dieses Geäst herum. Ätötötötötö. Zahnpfahl. Hm. Das könnte hilfreich sein. Ah, ja. Wald. Der Wald hier ist sehr dicht bewachsen. Man kann die Antennen kaum sehen, bis man fast davor steht. Äh, ja, nee, ist klar. Also, mir noch Zaun. Dieser Ort hier war geschützt wie Fort Knox. Irgendwer wollte wirklich nicht, dass da Leute reinkommen. Aber wer? Was ist das? Funktionär. Von hier muss dieses seltsame Signal kommen. Was ist das für eine Station? Hm. Ich kriege das mysteriöse Signal. Genau, ist aber direkt davor die Fresse. Äh, Zaun können wir dann vielleicht zerschneiden? Das fühlt sich nicht wie eine Zaun. Ja, doch. Für die, 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 für das Bad. Hm. Nein, es ist kein. Das sind Äste, gut, dann gehen wir mal zur Hütte und quatschen mit der alten, wahrscheinlich brauchen wir dann den, 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 den Flaschenseilzug da, das war zwar eine Geburt, Alter, ah, das ist, hopp, hopp, rein, ei, 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 bitte no comments, du, oh Gott. Javis, oh Jervis. Hallo Colonel. Hör auf mich. Ich hab die versteckte Sendestation gefunden. Wirklich? War jemand dort? Keine Ahnung. Nein, sieht ziemlich verlassen aus, aber ein großer Baum versperrt den Eingang. Ich muss einen Weg finden, ihn zu bewegen. Können wir dein Auto benutzen? Ah, genau. Können wir dein Auto benutzen, um den Baum von der Radiostation wegzuziehen? Wie groß ist der Baum? Ziemlich groß. Mich wundert, dass wir ihn von hier aus nicht sehen können. Fank ist es. Bessi hat nicht genug Zugkraft. Du musst nach einer anderen Lösung suchen. Äh, ich hab ne Idee. Ja, tschüss. Bessi hat nicht genug Zugkraft. Mit dem Träger. Jetzt kommen wir erstmal her, ne? Und, ja, jetzt muss man hin, hier, du. So, und dann nehmen wir mal erstmal, der da, und machen einen Pflassenzug weg. Einen Zollwinde weg, du. Und dann haben wir die jetzt mal eingesteckt. Die Bessi ist natürlich ein bisschen für den Ars, ein 1,4 Liter Diesel, ne? Damit könnte ich sie abschrauben, aber ich brauche sie nicht. Bitte mich verarsche! Da müssen wir zur Farm, ey. Da müssen wir, Opa, bitte. Der hat einen Träger. Der hat einen Träger. Man, natürlich brauchen wir das Ding, du. Du bist mir ein Lumpensegel. Ich kann ihn nicht fahren. Ich hab weder die vorgeschriebene Flinte noch den... Ja, dann red mit Opa. Meine Fresse. Opa hat Träger. Talk to him. Sei anständig zu ihm, lieb. Grab ein bisschen, ne? Ein Bart, dann ist er happy. Hallo. Yep. Äh, könnten wir... Könnte ihr Traktor einen wirklich großen Baum bewegen? Natürlich könnte er das. Er ist ein Ungeheuer. Ah, okay. Würden Sie den Baum für mich aus dem Weg ziehen? Ich denke schon, dass ich dir helfen könnte. Scheinst ganz vernünftig zu sein. Aber solange mein Strom aus ist, kann ich die Farm nicht verlassen. Gibt's da Neuigkeiten? Hab bei Harwood Energy angerufen. Hä? Diese beiden nutzlosen Ochsenpimmel drüben im Wasserkraftwerk kriegen nichts auf die Kette. Der Sturm hat ordentlich Schaden angerichtet, schätze ich. Äh, hier. Wo genau ist das Wasserkraftwerk? Ist oben im Norden, in der Nähe von Lake Delilah. Dankeschön. Äh, was ist mit diesen... Was hat es mit diesen Ochsenpimmeln auf sich? Das Kraftwerk wird von zwei Brüdern betrieben. Zwei wahre Streithähne. Ja. Ich glaube, ich habe einen von ihnen getroffen. Wahrscheinlich gehen sie sich gerade an die Kehle, statt meine Stromversorgung zu reparieren. Würden sie den Baum wegziehen, wenn ich ihren Strom wieder zum Laufen kriege? Na ja, klar. Ich denke, dann wäre ich dir was schuldig. Hab allerdings keine Seilwinde. Du besorgst dir besser eine. Okay. Äh, bam. Äh, ich hau mal ab. Hm. Gut. Äh, wo sind wir gerade? Farm. Dann gehen wir... Zur Hülle und Reise erstmal gleich die Seilwinde ab, so. Oh, Hypi, Alter. Das... Das mache ich mir nicht so einen Point-Click, ähmst du. Da klickst du einmal mal sich an und dann ist die Scheiße am Dampfen, ne? Äh, gib jetzt her, mag das Ding weg, du. Hm. Ich könnte den Baum mit der Seilwinde wegziehen. Ich frage aber Rangerin Jervis lieber vorher. Die geht an die Decke, wenn sie merkt, dass ich das Ding geklaut habe. Oh, oh. Ah, bluh, 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 bluh. Ich bin nicht Kaffee weg, als er habe ich aber ein paar Sandwiches noch kein Schreckleinsgesicht reinbutternd. Gott, Jarvis. Ah. Hallo, Colonel. Hör auf, mich so zu nennen. Ja, ist halt die Fresse. Sag... Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020